So, Tag zusammen und herzlich willkommen hier im Sumpf von Black Arts. Brisa ist fast tot, aber unsere Leute sind jetzt alle nochmal an der Reihe. So, Naurim könnte uns diesen Kerl hier mal vom Hals schaffen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so unpraktisch. So, Niam. So, Baran könnte auch Brisa helfen. Er hat nämlich nur noch 8. Trifft er ihn damit? 78 Prozent, komm, das muss klappen. Sehr gut. Naurim pariert. Oh Gott, ich glaube, Brisa stirbt jetzt. Ja, Brisa ist tot. Verdammt. Okay, dann müssen wir es mit den anderen dreien schaffen. Brisa ist praktisch im Sumpf ersoffen. Okay. Gut. Naurim, der hat noch 25, der hat noch 25, der da oben hat noch 21. Ich würde aber gerne erstmal auf ihn hier gehen. So, 11. Volle Möhre einfach drauf. Söberan kann, glaube ich, auch nochmal zaubern. Er hat noch 10. Er sieht ihn aber nicht. Dann gehe ich mal mit ihm hier hinter. So. Ne, dann nehmen wir mit Söberan noch einen Trank. So. Astralpunkte auffüllen. Oh, Naurim kriegt wieder aufs Fressbrett. Und zwar ordentlich. Okay. Naurim darf nochmal draufhauen. So, damit wäre der Geschichte. Niam. Sollten wir noch hinkriegen. Ähm, Sekunde. Ich würde jetzt eigentlich gern Naurim heilen. Klappt auch gut. Pariert. Voll aufs Maul. Aber ist nicht so schlimm. Viele Gegner haben wir nicht mehr. Na toll. Super. Finde ich gut. Ich glaube, ich heile Naurim gleich nochmal. Weil der kriegt es jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit ab. Das sind zwei Nahkämpfer. Das heißt, Naurim muss da jetzt wirklich ein bisschen herhalten. Aber das ist er gewohnt. Das kennt er inzwischen. Der Gute. Aua. Treffen tut er nichts mehr. Aber gut, er hat auch zwei Wunden. Hm. Attacke minus vier. Parade minus vier. Ausweichen minus vier. Fernkampf minus vier. Initiative minus vier. Und Geschwindigkeit minus vier. Naurim ist ziemlich verwundet. Deswegen trifft er auch wahrscheinlich nichts. Kann man ihm also nicht anrechnen. Aber unsere gute Niam. Die ist topfit. Und die haut da richtig rein. Ähm. Wir könnten jetzt natürlich noch Folgendes machen. Oder wir greifen mit Soberan einfach an. Und beenden das. Wie lange hat er noch acht. Gleich hat er nichts mehr. So. Einer weniger. Naurim. Kann's ja mal probieren. Und er trifft ja. Sogar. Okay. Aber jetzt müssten wir das eigentlich gleich haben. Gezielter Schuss. So. Kannst du nochmal hier? Nein. Kann er nicht. Heilun kann er noch. Aber bitte nicht den Gegner. Sondern unser Naurim. So. Naurim darf den letzten Schlag machen. Wenn er trifft. Äh. Okay. Pariert. Aber Naurim pariert auch. Naurim ist schon eine Kampfsau. Muss man zugeben. So. Das war's. In die Niederhöllen mit euch. Ha 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 ha. Auf nach Mengbilla, Freunde. Man hat uns alles genommen. Jetzt lasst uns alles gewinnen. Genau. Gute Einstellung. Ich finde es immer lustig, wie die Leichen alle um Naurim rumliegen. Sehr schön. Verstärkter Holzschild. Dreispitz. Dreispitz. Und Wundbinden. Nehmen wir natürlich alles gerne an uns. Landsitz des Grafen Urias. Drei Wochen vor Elenas Tod. Und ich wette, du bist immer noch ein Faulpelz. Aber jetzt bist du ein Faulpelz mit Ausbildung. Ich wäre also dumm, keinen Gebrauch von dir zu machen. Wie ihr wünscht, euer Hochwohlgeboren. Nenn mich Urias. Elanor hat eine Narren an dir gefressen. Unverständlicherweise. Sie will dich wieder häufiger bei uns haben. Und wie kann ich ihren Rehaugen irgendetwas abschlagen? Glaub aber nicht, dass du nun den lieben langen Tag in unserem Land Garten herumlungern und Sirup schlecken kannst. Ich bin ein Arbeitstier. Das bezweifle ich. Meine Ausgrabungen gehen mit großen Schritten voran. Leider zieht das auch allerlei neugieriges Gesindel an. Du wirst helfen, die Grabungsstätte zu überwachen. Es wird dir gefallen. Du kannst viel herumsitzen. Sprich mit Aurelia. Sie wird dir alles Wichtige erklären. Was graben wir aus? Die Vergangenheit. Und die Zukunft. Klingt ehrgeizig. Willkommen zu Hause, Mädchen. Hallo, Faulpilz. Hilfst du mir, die Welt zu retten? Wozu denn? Die Welt ist gut. Die Welt ist ein Teller madiges Fleisch. Sieh dich um. Die Hälfte der Menschen ist unglücklich. Und die andere Hälfte zufrieden. Und das genügt dir? Ja gut, mir genügt das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in unserer Welt, also jetzt im Real Life, ist es ja auch nicht 50-50. Bei uns ist es ja eher so, 2% der Welt sind glücklich und die restlichen haben Riesenprobleme. Obwohl es viele nicht wissen. Leider. Manche Menschen, die leben wie die Made im Speck und andere wissen gar nicht, wie schlecht sie eigentlich leben. Die haben nicht mal Zugang zu Trinkwasser, nicht mal Zugang zu Essen. Aber gut, darüber will ich jetzt hier im Gameplay gar nicht reden. Denn Brisa scheint mir aber so die Person zu sein, die sagt, ja, mir genügt das. Das ist Philosophieren. Komm, Brisa soll mal Philosophieren. Jeder Mensch ist in seiner Natur entweder glücklich oder unglücklich. Nimm einem glücklichen Menschen alles und er wird dennoch strahlen. Bewirf einen Unglücklichen mit Geld, Wein und Festen und er wird bald wieder jammern. Es lässt dich nicht ändern. Du bist wirklich ein Faulpelz. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, aber irgendwo, ja gut, sie hat schon irgendwo recht. Man ist, wenn ein Mensch glücklich ist mit dem, was er hat, ist er glücklich. Und wenn man tief im Innern einfach zufrieden ist, dann will man eigentlich auch gar nicht mehr. Das ist halt so. Aber gut, der Mensch ist halt so, der will immer mehr. Das ist in uns einfach drin. Warum so übellaunig? Ausgrabungen? Ja, warum bist du denn so gestresst? Was ist denn los? Warum so schlecht gelaunt? Ach, Urias wird mich nicht mitnehmen. Er lässt mich hier verstauben. Weil du launisch und unberechenbar bist. Wer will so jemanden schon dabei haben? Ja, ha. Ha. Sagt man da nicht eigentlich ja? Ha, ha. Naja, ist egal. Urias Forschungsreise. Dieser Urias, der ist auch irgendwie, hm, weiß nicht, nicht so ein Sympath irgendwie. Ausgrabungen. Welcher gefährliche Ort ist es diesmal? Das Regengebirge. Zu den geheimnisvollen Echsenmenschen. Du weißt, wie sehr unser Graf Geheimnisse liebt. Sei froh. Dir bleiben Moskitos und Dschungeltiger erspart. Das Regengebirge ist der letzte Ort, an den ich reisen möchte. Wonach graben wir? Nach Wahrheit. Glaubst du, der Graf erzählt mir irgendetwas? In den Geschichten geht es nie gut aus, wenn jemand im Boden gräbt. In dieser Geschichte wahrscheinlich auch nicht. Hm. Warte. Ich will dir etwas zeigen. Okay. Zeig mal her. Wann hast du denn? Einen leuchtenden Boden mit Vögeln. Okay. Aurelia ermahnen. Aurelia loben. Warum? Ich weiß doch nicht mal, was das war. Wie kann ich die denn loben oder ermahnen? Ich weiß doch gar nicht, was sie gemacht hat. Okay. Die hat Magie anscheinend betrieben. Denke ich jetzt mal. Ich weiß es nicht. Und da waren Raben. Und Raben sind meistens Zeichen für dunkle Magie. Also ich nehme jetzt mal ermahnen. Du bist gut geworden. Aber du solltest vorsichtig mit solchen Kräften umgehen. Ach, sei nicht so langweilig. Ich... Was war das? Komm. Oh. Sehr schön. Was sind das für welche? Banditen wahrscheinlich. Hier kann man wieder das Terrain viel nutzen, glaube ich. Hier haben wir Deckung, Kisten. Vielleicht aber auch nicht. Was kann sie denn? Ist sie auch eine Magierin? Ist sie auch eine Magierin? Ja. Zauberschutz. Heilt Verletzungen und bietet Schutz vor magischen Angriffen. Feuer und Giften. Plus 10 Lebenspunkte. Plus 10 Lebenspunkte. Magieresistenz plus 10. Was hat sie hier noch? Hexengalle. Ach, das kennen wir doch. Der Zaubernde spuckt ätzenden Speichel. Ach nee, das kennen wir nicht. Ätzenden Speichel auf seinen Gegner. Drei Punkte Giftschaden. Opfer für drei Runden gelähmt. Also ist eventuell für drei Runden gelähmt. Da hat sie schon die zweite Stufe. Also sie ist eine Hexe. Eine Schwarzmagierin. Hier unten haben wir nichts. Korb Professor Gliederschmerz. Vier Gegner wird kurzzeitig geschwächt. Das kennen wir. Das hat, glaube ich, unser guter Surbaran auch. Okay, dann würde ich sagen. Probieren wir doch die Hexengalle mal aus. Ja, das, äh, jetzt liegt er. Äh, Brisa. Hat nur ihren Bogen dabei. Sieht ihn aber nicht. Sieht aber ihn. Ich würde aber ihn gerne ausschalten, wenn er schon am Boden liegt. Aber das ist mit den Deckungen hier echt ein bisschen ätzend gerade. Und deswegen ziehe ich mal auf ihn hier. 15. Sie ist wieder dran. Ja, dann, äh, hier. Hexengalle. Ach, das geht jetzt gar nicht mehr. Ja, gut, dann auf ihn. Ja, hat aber nicht. Und jetzt steht er direkt vor Brisa. Na toll. Äh, das wird jetzt... Ja, 50% ist ein bisschen mies, ne? Waffen-Set. Leer. Beil und Holz... Und Lederschild. Dann wechseln wir mal in den Nahkampf mit Brisa. Können wir jetzt mal probieren. Mit dem Beil ist er ja auch ein bisschen ausgebildet. Ja, okay. Frage mich, was er gehofft hat, hier zu finden. Ich hole Urias. Oh. Was ist denn das? Sieht aus wie... Ja. Güter. Schatzgüter. Wertvolle Gegenstände auf jeden Fall. Oh. Das Emirat Mengbela. Ein Land, das Prajos, den Gott der Gerechtigkeit, verstoßen hat. Wo Sklavenjäger mit Kortisanen, Giftmischern und Bettlern um die Macht bringen. Und Freiheit durch Geld verkaufen. Unsere neue Heimat. Unsere neue Heimat. Deine Hübsche leidet unter der Sonne und vermisst ihre angenehmen Träume. In Mengbela kaufe ich dir einen Sonnenschirm und frisches Traumkraut. Verbrecher. Mörder. Ich dachte, das hätten wir jetzt hinter uns. Gaia. Ihr habt meinen Sohn. Meinen Sohn. Ich kratze euch die Augen aus. Wir haben dein Kind nicht, Mütterchen. Verbrecher. Mein Sohn. Mein lieber Sohn. Was will denn hier, Alter, jetzt? Niam. Was ist passiert? Beruhigt euch. Wir haben niemanden entführt. Erzählt uns, was passiert ist. Dann seid ihr keine Sklavenjäger. Mein Usim. Seit drei Tagen ist er verschwunden. Die Monteres haben ihn geholt. Ich bin mir sicher, ich will, dass ihnen die Hände wegschimmeln. Die Augen sollen ihn aus den Augenhöhlen tropfen. Alle zehn Götter sollen sie strafen und an eine brennende Folterbank ketten. Vielleicht steckt ja jemand anders dahinter. Wie bei meiner Schwester. Bitte sucht ihn. Schön und gesund und kräftig ist er. Mein Usim. Warum hilft mir niemand? Ich fand schön, die Hände sollen ihn wegschimmeln. Naja, das haben wir noch nicht gehört. Hilfe anbieten Sklavenhändler. Ich will erstmal was über die Sklavenhändler erfahren. Natürlich bieten wir die Hilfe an. Aber jetzt erstmal, sag doch mal was zu den Sklavenjäger. Sklavenjäger? Die Monteres. Marwans Menschenhetzer. Sie holen sich, wen sie wollen. Aber ihr gehört nicht zu ihnen. Das sehe ich. Ihr seid freundlich. Ihr werdet mir helfen. Am Anfang hast du uns noch beschimpft. Okay. Geh nach Hause, Mütterchen. Wir finden deinen Usim. Danke. Danke, 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 danke. Die Sklavenjäger sind nach Westen aufgebrochen. Hm. Bitte findet ihn. Usim heißt er. Er hat schwarze Haare. Er ist treu und gut und betet viel zur Herrin Travia. Was genau erwartest du dir von diesem... Antworten. Irgendetwas. Ich muss wissen, was passiert ist. Okay. Herzlich willkommen in unserer neuen Heimat. Eine Händlerin. Was haben wir hier? Eine Frau. Ist das die Frau, mit der wir gerade schon geredet haben? Alter. Bisschen viel im Fitnessstudio gewesen. Ein Wirt. Okay. Dann würde ich vorschlagen, als allererstes natürlich, wie in jeder Stadt, gehen wir erstmal zum Wirt. Senorita. Senior. Okay, da können wir nur übernachten. Ich dachte, wir können vielleicht Informationen einholen. Es war mir eine Freude. Können wir aber nicht. Dann reden wir doch einfach mal mit der Wirtin. Äh, mit der Wirtin sag ich schon. Mit der Frau. Entschuldigung. Ich bin auch etwas verwirrt. Mein Wirt. Wirt. Verwirrt. Bitte findet ihn. O Sim, heißt er. Er hat schwarze Haare. Er ist treu und gut. Und betet viel zu den Travier. Ja, ja, ja. Wissen wir. Okay, machen wir. Zur Händlerin. Alles aus zweiter Hand. Dafür aber billig. Okay. Also eine Gebrauchthändlerin. Äh, dann zeigt doch mal her. Was habt ihr anzubieten? Was haben wir denn da? Wir müssten vielleicht auch wieder ein bisschen aufstocken. Okay, schwache Heiltränke haben wir noch ein bisschen. Äh, schwacher Zaubertrank. Da hat sie drei Stück. Die nehme ich hier auch gleich mal ab. Oh. Das war all unser Geld. Wir hatten doch noch so viel Kohle. Okay, wir sind pleite. Wunderbar. Können wir gleich wieder schließen. Danke. Gut. Dann schauen wir doch mal kurz ins Inventar. Und sehen mal, was wir hier noch so tun können. Denn sie könnte zum Beispiel wieder... Moment. Da ist nichts. Ein Heiltrank. Tragelast. 86 von 94. Wir müssten nochmal wieder verkaufen. Ein paar Sachen verkaufen. Die 13 Lobpreisungen der Namenlosen. Ach, das ist das Buch. Ja, genau, 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 genau. Schwacher Zaubertrank. Gut, dann nimmt Brisa mal einen schwachen Zaubertrank noch mit. Und... Naurin bekommt noch einen Heiltrank. Surbaran. Ihm würde ich natürlich gern einen Zaubertrank geben. Und einen schwachen Zaubertrank. Und... Okay, Neom hat noch alles. Die Musik. Achtet mal auf die Musik. Sau cool. Also das Feeling ist echt, echt schön. Muss ich gerade mal loben. So, dann gehen wir mal aus der Stadt wieder raus und sehen uns ein bisschen um. Würde ich sagen. Winneb. Und was haben wir hier? Sklavenkarawane. Da werden wir wahrscheinlich den Jungen finden. Aber das natürlich, meine Freunde, erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.